willkommen zu unserem heutigen video in dem es einmal wieder um das thema outlook geht und vielmehr um das thema wie ihr ordnung schaffen könnt in eurem post eingang da gibt es im wesentlichen zwei ganz große themen diese sind wiederum unterteilt in drei kleine bereiche diese möchte ich euch einmal kurz vorstellen eventuell ist für euch das ein oder andere dabei ich persönlich bin ein großer fan von der ersten methode wieso weshalb warum werde ich euch erklären wichtig auch das was ich euch vorstelle gilt nicht nur für die microsoft konnten es gilt auch für private konnten die ihr über gmail gmx web und was es da sonst noch gibt in outlook einbindet ich werde es am beispiel gmail durchführen funktioniert aber auch für alle anderen im ab oder pop 3 konnten steigen wir ein mit dem ersten punkt wie finden wir heraus wie viel speicherplatz wir überhaupt verbraucht haben dafür gehen wir wenn es sich hier um ein microsoft konto handelt einfach auf datei und sehen nun hier den speicherplatz er verbraucht wird wenn ihr mehrere konten habt vergewissert euch dass hier oben das richtige konto ausgewählt ist und dann seht ihr auch wie viel speicherplatz noch verfügbar ist bei den privat genutzten konnten gehen wir einmal mit der maus auf das konto drücken die rechte maustaste dann gehen wir auf die datendateien eigenschaften und hier in dem bereich suchen wir uns den punkt ordnergröße aus und hier haben wir unten den gesamtwert in das gesamte postkonto inklusive unterordner beansprucht und ihr in dem bereich sehen wir auch noch mal wie das konto heißt und können uns dann vergewissern ob es wirklich das richtige konto ist so viel zum einstieg schauen wir uns erst einmal den ersten punkt an der wird mit sich dem papierkorb und da haben wir ganz klassisch zu allererst die möglichkeit den papierkorb händisch zu leeren denn über den tag sammeln sich jedoch schon viele e mails ein das ganze werden wir einmal hier durchführen denn hier hat sich so einiges eingesammelt einfach strg a drücken damit alles markiert wird und mit der entferntaste können wir dann den kompletten papierkorb leeren im papierkorb über die zeit sammeln sich etliche mails an teilweise sogar auch hunderte oder tausende je nach user und dort habt ihr das größte potenzial eure speicherplatz kapazität zu reduzieren damit ihr das nicht selbstständig machen müsst gibt es auch die möglichkeit das automatisch einzustellen dafür gehen wir auf dateien optionen und hier im bereich erweitert haben wir auch hier schon die option die habe ich persönlich eingestellt für alle meine e mail konnten beim beenden von outlook die ordner gelöschte elemente lernen heißt im endeffekt wenn ich heute über den tag verschiedene mails lösche im anschluss outlook beende werde ich gefragt ob ich die papierkorb dateien unwiderruflich löschen möchte wenn ich das mit ja bestätige werden alle e mails aus dem papierkorb geleert gelöscht und mein papierkorb ist wieder sauber und frei und das gilt dann für alle meine konten die ich hier eingebunden habe wenn euch das ganze ein bisschen zu extrem ist gibt es noch eine software variante die funktioniert auch wieder bei den privaten sowie bei den beruflichen konnten wir suchen uns den papierkorb oder auch hier die gelöschten elemente aus klicken einmal mit der rechten maustaste drauf in auf eigenschaften und hier haben wir den zweiten reiter auto archivierung wenn wir dort draufklicken haben wir im zweiten bereich die möglichkeit einzustellen nach wie vielen monaten tagen oder wochen der papierkorb hier ist es jetzt explizit endgültig gelöscht werden soll es gibt auch hier wieder eine etwas softere variante wo wir sagen können die mails sollen dann in eine externe datei verschoben werden und was ist genau mit dieser externen datei auf sich hat schauen wir uns gleich einmal an in diesem beispiel würde ich dann aktivieren dass die daten automatisch gelöscht werden und das endgültig damit wären wir auch schon mit den papierkorb durch und springen jetzt einmal weiter zur pst datei ich persönlich bin kein fan dieser pst datei das ist eine ausgelagerte datei denn diese datei wird auf einem computer gespeichert wenn ihr viel unterwegs seid verschiedene endgeräte clients nutzt habt ihr nicht immer zugriff auf diese pst datei auf diese ausgelagerte datei auf euer archiv und dann könnt ihr auf diese mails nicht zugreifen deswegen bin ich kein großer fan davon auch ist es so wenn diese dateien ausgelagert werden sind sie im outlook online nicht mehr verfügbar und im outlook online solltet ihr eigentlich immer auf alle dateien zugreifen können und das zuverlässig das wird mit dieser pst datei wiederum ausgelagert und nicht möglich sein deswegen bin ich kein fan davon auch weil unternehmen diese funktion gänzlich sperren können wenn das bei euch möglich ist und ihr darin ein nutzen seht bin ich gerne bereit diese drei funktionen mit euch zu teilen und wir beginnen einmal mit dem händischen archivieren unseres e mail kontos dafür wenn wir hier erst einmal wieder ein e mail konto auswählen gehen dann auf datei auf tools und auf alte elemente bereinigen wenn ihr ein privatkonto habt wird hier unten vermutlich noch ein kästchen sein deswegen achtet dass ihr hier wirklich auf alte elemente bereinigen klickt nun können wir zum einen einmal schauen ob hier oben das richtige konto aktiviert ist alternativ wenn wir hier noch ein anderes konto auswählen und wir haben die möglichkeit auch auszuwählen was wir archivieren möchten wenn ihr auf eure e mail adresse klickt werden alle untergeordneten ordner automatisch mit übernommen wenn ihr das nicht möchtet könnt ihr auch hier den post eingang archivieren oder andere elemente das ist euch komplett freigestellt dieser punkt ist nun der wichtigste denn hier definieren wir den zeitpunkt bis wann alles archiviert werden soll sagen wir einmal wir möchten sämtliche e mails bis zum 31 12 archivieren würde heißen alle mails ab dem ersten ersten 2021 bleiben in unserem postkorb alles andere würde in diese ausgelagerte archiv datei verschoben werden im anschluss wenn wir auch über durchsuchen noch definieren wo diese pst datei abgelegt werden soll und wenn wir dann damit fertig sind klicken wir einfach auf ok das habe ich im vorfeld schon mal durchgeführt je nachdem wie viele mails ihr habt kann das auch ein wenig dauern und wenn ihr damit fertig seid habt ihr dann hier unten den bereich archiv und hier finden wir nun die ordner wieder die wir hier oben in unserem ursprünglichen e mail account haben der zweite part ist das ganze einmal zu automatisieren dass wir es nicht mehr händisch durchführen müssen dafür gehen wir wieder auf den bereich dateien klicken auf optionen und hier gehen wir nun auf den punkt erweitert und in dem bereich auto archivierung haben wir ein button und wenn wir hier draufklicken wenn wir das ganze einmal automatisieren entsprechend den tagen und verschiedenen einstellungen die wir hier definieren können auch hier können wir wieder in fahrt auswählen wo das ganze gespeichert werden soll wenn ihr mehrere dateien auslagern wollt solltet ihr sie am besten an einen zentralen ort legen nicht dass ihr 45 verschiedene ablage oder habt und dann später nicht mehr wisst wo ihr die verschiedenen pst dateien abgelegt haben wenn ihr mit den einstellungen fertig seid könnt ihr das ganze mit ok bestätigen ich werde das jetzt einmal nicht tun werde hier auch wieder abbrechen damit die einstellung nicht aus versehen gespeichert werden und damit wären wir auch schon bei der option 3 und hier können wir gezielt eine pst datei anlegen das ganze können wir einmal unter neue elementen weitere elementen und hier unten haben wir die outlook datendatei alternativ können wir auch auf datei gehen gehen hier auf unsere kontoeinstellungen und können nun hier über die datendatei und hinzufügen eine pst datei erstellen meine outlook datendatei 1 unverändert übernehmen klicke einmal auf ok ihr in dem bereich wird nun die pst datei auch angezeigt hier ganz unten können wir sehen da finden wir nun meine outlook datendatei nun können wir das ganze schließen und wenn wir in der navigations leiste einmal komplett nach unten gehen sehen wir hier unten meine outlook datendatei wenn das ganze bei euch nicht angezeigt wird schließt einmal outlook startet outlook nochmal und dann sollte das ganze auch synchronisiert sein und hier angezeigt wird somit haben wir jetzt einmal ein ausgelagertes archiv und gleichzeitig eine ausgelagerte datei es ist jetzt ein kompletter ordner in wir sozusagen frei zur verfügung haben aber nur lokal auf diesem gerät damit wenn wir auch durch aber noch eine kurze information zu den pst dateien wenn ihr das ganze macht solltet ihr diese dateien auch hin und wieder einmal sichern wenn ihr das macht und das bitte eher auf einem externen datenträger und nicht in der cloud wenn ihr das ganze in die cloud schiebt unter umständen hier auch noch aktiv eingebunden habt dann wird die datei explodieren was die datei größer angeht die wird exponentiell steigen damit macht ihr euch nur unnötig voll mit banalen informationen und daten wenn ihr das ganze eher auf die externen datenträger auslagert solltet ihr auf der sicheren seite sein und noch mal zu guter letzt der hinweis wenn ihr die pst datei verwendet dann werden die daten auch nur auf dem gerät verfügbar sein wo diese pst datei existiert auf anderen geräten habt ihr dann kein zugriff mehr auf diese ausgelagerten oder archivierten daten das solltet ihr unbedingt beachten falls ihr euch für diese pst variante entscheiden solltet und 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 und